Die Winzergemeinde Erlenbach Wir haben immer am aktuellen Pflegestand zu orientieren. Wir versuchen immer die neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnisse mit einzubauen. Eine der Erneuerungen ist das von Jennifer Düroff initiierte Projekt Kinesthetics – Gesundheitsförderung im Berufsalltag für Auszubildende und alte Menschen. In speziellen Unterrichtseinheiten wird den Schülern die Bedeutung von Kinesthetics für ihre Gesundheit verdeutlicht. Was machen eure Muskeln? Muskeln sind für Bewegung da bzw. momentan arbeiten eure Muskeln auch, aber ihr bewegt euch nicht, denn Muskeln sind dafür da, in einer Position auch das Gleichgewicht halten zu können. Also die Probleme in der Altenpflege denke ich sind zum einen, dass Pflegekräfte viel heben und tragen müssen während ihres Arbeitsalltages und Kinesthetics ist da eine Hilfe, damit die Pflegekräfte rückenschonend arbeiten können. Ich möchte euch bitten, jetzt nochmal in die Gruppe zu gehen und ihr sucht euch eine Praxissituation aus, die ihr vielleicht in diesem Zusammenhang auch diskutiert habt, wo ihr Probleme hattet. Bei verschiedenen pflegespezifischen Übungen wird deutlich, dass die mit Hilfe von Kinesthetics vermittelten Kenntnisse nicht nur der Gesundheit der Pfleger zugute kommt, sondern auch der Mobilität der Bewohner. Es wird konkret daran geübt, wie kann ich alte Menschen in ihrer Bewegung unterstützen, sodass die alten Menschen das, was sie selbst noch tun können, auch tun und ich ihnen nur dabei behilflich bin. Um ihre Fähigkeiten weiter zu vertiefen, gehen die Schüler auch in die Praxis. Die Berufsfachschule ist direkt an das Seniorenstift Erlenbach angegliedert, wo die Schüler das Erlernte mit den Bewohnern zusammen anwenden. Auch hierbei werden sie von ihrer Ausbilderin unterstützt. Die Sunai möchte Ihnen helfen beim Aufsetzen. Ja, wenn sie mir hilft, kommen sie auch. Genau, da hilft sie Ihnen und ich schaue mal zu, wie das geht. Vielleicht finden wir aber auch noch was, was ein bisschen leichter geht. Da muss ich ja alleine aufsetzen. Genau. Das glaube ich, ich probiere es immer. Individuell auf die physischen Probleme der Bewohner abgestimmt, werden verschiedene Hilfsmittel und Methoden der Kinesthetik eingesetzt. Die Schüler bekommen ein direktes Feedback sowohl von der Ausbilderin als auch von den Bewohnern selbst. Die Kinesthetik-Besuche, die jetzt neu eingeführt wurden, die gibt es ja noch nicht sehr lange, sind meiner Meinung nach sehr, sehr wichtig, weil sie helfen uns sehr, wenn der Lehrer auch mal hier dabei ist. Und man sieht, was wir machen und das ist noch korrigiert. Kinesthetik fördert auch die Motivation der Pflegekräfte. Sie merken, es geht einfacher, es geht besser. Vor allen Dingen Gesundheitsförderung der alten Menschen. Ihre Ressourcen werden vollkommen genutzt. Ihre Bewegungsressourcen werden mit einbezogen. Was natürlich für die alten Menschen auch wieder von Vorteil ist. Und ja, ein Erfolg überträgt sich auf den Erfolg für die Pflegekräfte auch. Das macht es auch riesen Freude, wenn man sieht, dass es bei den Leuten gut ankommt. Ja, dass man viele Sachen ausprobieren kann einfach. Und wenn man sieht, dass es auch mit Erfolg passiert, dann macht es Spaß. Eine Meinung, die viele Mitschüler teilen. Ich habe eine Auswertung mit den Schülern gemacht anhand eines Fragebogens, wo die Schüler mir eindeutige Rückmeldungen geben können, dass sie Beobachtungen gemacht haben bezüglich der Bewohner, dass viel mehr Ressourcen da sind, die mit einbezogen werden können, dass die Bewohner fitter sind, wacher sind und dass sie selber sich, die Schüler sich auch mehr zutrauen auszuprobieren und dass es ihnen einfach besser geht. Man bekommt so viel zurück, was man den Leuten gibt. Und wenn es nur das kleinste Dankeschön ist, das Strahlen in den Augen, einfach über diese kleine Hilfe, die man gibt, das gibt so viel von dem Beruf, das ist der Grund, warum ich in die Altenpflege wohne. Dass das Projekt Kinästhetics, Gesundheitsförderung im Berufsalltag für Auszubildende und alte Menschen nicht nur die Schüler, sondern auch die Jury des bundesweiten Ideenwettbewerbs überzeugen konnte, überrascht die schulinternen Unterstützer des Projektes nicht. Ich vermute, dass wir es geschafft haben, nicht nur die Menschen, die die Pflege ausführen, sondern auch die Pflegebedürftigen mit ins Boot zu holen. Und ich denke immer, wenn zwei Gruppen von Menschen gesundheitsfördernd betreut werden, dass das auf jeden Fall einen Preis wird. Vielen Dank.